Willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit meinen Mitarbeiterinnen. Zu meiner Rechten Karin Keller, unsere leitende MPA hier im Zentrum Weils Medicine. Lydia Blaser, die Leitung Administration. Sie war früher die leitende MPA und ich freue mich, dass ihr hier seid. Willkommen. Wir möchten in diesem Video ein bisschen über den Praxisalltag sprechen. Einfach Erlebnisse. Wie läuft es so ab? Wie viele MPAs arbeiten hier? Sechs. Plus eine Lehrtochter. Sieben, ja. Das klingt nach einem riesen Zentrum, oder? Genau. Es gibt auch viel MPA-Arbeit, die man von aussen gar nicht so sieht. Darum brauchen wir auch diese MPAs hier. Es sind nicht alle Vollzeit da. Darum sind wir auch mehr. Genau. Und warum braucht es dann noch eine Administration? Kann das nicht Karin machen? Karin kann alles machen. Wir machen viele, also ich mache viele Sachen im Büro und schreibe Abläufe, gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona. Braucht es Schutzkonzepte? Es braucht sehr viele Formulare und Sachen, die man ausfüllen muss für die Gesundheitsdirektion. Solche Sachen. E-Mails bearbeiten, Personaladministration. Ein bisschen so. Genau. Jetzt zu einer Praxis, da kommen ja verschiedenste Patienten, oder? Gibt es da Beginnungen halt mit der schwierigeren Seite zuerst, damit wir das Lockere nachher machen können? Also gibt es traurige Begegnungen, wo ihr auch emotional mitbeteiligt seid? Kannst du Beispiel erzählen? Da haben wir schon vor allem Krebspatienten. Sie kommen zu Heinz in die Sprechstunde und man versucht, sie sind schon eher im Endstadium, versucht sie noch ein bisschen aufzupöppen. Aber es ist schon zu spät und dann hören wir nach einer Woche oder ein paar Tagen, dass sie verstorben sind. Das finde ich schon sehr schwierig. Ja, ich denke, das ist das, wo wir hier am meisten dann konfrontiert sind mit den Krebspatienten oder mit den sehr stark kranken Patienten, wo wir sie dann ein Stück begleiten und sie kennenlernen und irgendwann die Nachricht dann wirklich kommt, dass sie verstorben sind. Genau. Ja, wir hatten ja kürzlich den Fall, wo ich wo wir noch einen Test gemacht haben, was bei diesem Patienten ansprechen würde. Das Resultat ist gekommen und ich habe versucht, da hast du das mitbekommen, oder? Freudig, die Nachricht zu überbringen. Wir wissen jetzt die optimale Behandlung und da sagte mir die Frau am Telefon, er war letzte Nacht verstorben. Das sind auch für uns alle, oder? Das können wir wirklich sagen. Das ist die schwere Seite dieses Berufs. Ja. Die erleben wir schon sehr oft. Ich merke auch, ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn man Menschen in ganz schwierigen Situationen auch begleitet, zuhört, dass das sehr hilfreich ist. Erlebt ihr da auch so, dass ihr den Menschen wirklich beistehen könnt, obwohl wir nichts machen können. Ja. Ich denke, das Wichtigste oder das, was vielen am besten tut oder gut tut, ist, wenn wir einfach die Zeit, die sie hier verbringen mit uns, normale Gespräche auch führen, über die Hasen zu Hause im Stall oder über das Lieblingsessen, einfach einen kleinen Ort schaffen, wo es nicht ganz so dramatisch ist. Und ich denke, das ist, was wir gut abholen können, die Leute einfach ein bisschen Normalität schaffen. Mit banalen Gesprächen über Essen und Tiere. Genau. Gerade so bei den Infusionstherapien haben wir schon eine gute Beziehung zum Patient. Da betreuen wir sie vier, fünf Stunden am Tag. Und da erzählen sie uns schon sehr viel von ihrem Leben. Und man merkt auch, dass sie das brauchen. Und wir nehmen uns die Zeit für die Patienten. Da wird wir ihnen zuhören können. Das ist auch ein schöner Job von uns, den wir machen können. Jetzt hast du gesagt, ihr seid sechs MPAs und eine Lehrtochter. Das ist so ein reiner Frauenzirkel. Ja. Gibt es da auch Probleme? Oder habt ihr es gut zusammen? Ich finde, wir haben ein sehr, sehr cooles Team. Alle verstehen sich gut. Und wir haben jetzt noch nie so eine Zickerei gehabt, wie man es vielleicht von der Schule her kennt, wenn es nur Mädchengruppe sind. Wir sprechen auch, wenn wir Probleme haben, über diese Probleme. Darum haben wir eigentlich nie Probleme. Also Zickenkrieg gab es noch nie bei euch? Nein. Ich habe noch nie was mitbekommen. Woran frage ich? Also ich muss sagen, hier jetzt ist wirklich ausnahmslos eigentlich noch nie vorgekommen, dass sich MPAs oder untereinander nicht verstehen. Es gibt mal Sachen, die man vielleicht nicht gut findet oder wo man dann denkt, wieso hat sie das jetzt so entschieden? Das ist klar, dass das gibt. Aber wirklich Zickereien oder so habe ich jetzt hier auch noch nicht erlebt. Aber in anderen Praxen, wir haben an einem Ort gearbeitet, da ist ein Grossraumbüro mit 20 Frauen drin. Da ist Zickenkrieg vorprogrammiert und das wurde dann auch gut ausgeübt. Und dann seid ihr nur sieben, dann passiert nichts. Sind wir froh, dass du auch noch da bist als männlicher Gegenpol. Würde dann einschreiten. Ja, genau. Jetzt gibt es ja nicht nur Trauriges in einer Arztpraxis, es gibt bestimmt auch Humoristisches. Habt ihr da ein Beispiel, was man so erlebt im Alltag? Ich denke, es sind die kleinen Sachen, die uns im Alltag so zum Lachen bringen. Wenn man ins Wartezimmer ruft, Frau Müller, Sie dürfen kommen und dann stehen fünf Frauen auf und alle heissen Müller, dann sind das die kleinen Momente, die uns dann zum Lachen bringen. Oder wenn ein Patient eine Anfrage hat, wie er seinen Hund behandeln soll, dann müssen wir auch ein bisschen lachen. Was sagst du dann? Eigentlich ist ja so, dass die King Nature Präparate auch für Tiere eingesetzt werden können, aber wir sind da einfach nicht so bewandt in der Dosierung und verweisen dann freundlich an den Tierarzt. Ja, und das bin ja nicht. Also nur, das war ein Patient bei mir, der sich praktisch nur von Süssigkeiten ernährt hat. Und jetzt kannst du da weiter erzählen. Jetzt ist er in der Beratung. Genau, bei der Ernährungsberatung. Er hat uns jetzt gerade 20 Cremeschnitten geschenkt. Deshalb bin ich natürlich auch immer sehr vor Freude. Wenn man die ja selber jetzt nicht mehr essen darf. Ja, genau. Ja, die Zuschauer sehen, also eine Arztpraxis ist nicht nur einfach ein trauriges oder ein Ort, wo lauter schwerkranke Leute sind, sondern wir könnten das gar nicht aushalten, wenn nicht auch viel Lustiges und Schönes passieren würde. Das ist das, ja. Letzte Frage noch, wenn ihr nochmals 16 Jahre alt wärt, würdet ihr nochmals den Beruf einer NPA ergreifen? Ich würde ihn auf jeden Fall nochmals machen. Die Schule ist wirklich sehr happig, das würde ich mir wegen diesem nochmals überlegen, aber der Beruf, der praktische Beruf ist wirklich für mich etwas sehr Schönes und auch war und bleibt mein Traumberuf. Ja, ich kann mich da anschliessen. Es gibt viele NPAs, die machen die Berufslehre und nehmen das als Sprungbrett für nachher die BMS oder einen Start ins Studium. Aber ich würde das jederzeit wieder so machen und die Ausbildung machen und dann auch NPA bleiben. Das ist für mich wirklich... Aber du bist jetzt ja zur Leiterin Administration aufgestiegen. Also hast du eigentlich den NPA-Beruf schon verlassen? Ja, nur ein Stück weit. Also in meinem Herz bin ich immer noch NPA und ich möchte auch am Ball bleiben und versuchen, überall noch drin zu sein und wenn Hilfe nötig ist, dass ich da auch noch einspringen kann, weil ich merke, der Patient fehlt irgendwann dann auch, wenn man nur noch so vor dem toten Computer sitzt. Also es braucht auch die Menschen und die Patienten, die den Beruf spannend machen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Einblick bekommen in das Leben einer medizinischen Praxisassistentin und wie es bei uns generell so zugeht. Und ja, wenn wir zu weit weg sind von dir, dann sucht ihr eine andere tolle Praxis und einen. Also ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, Karin, Lydia, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.